Und wir bleiben beim Thema. Bei uns im Studio ist jetzt der Politikberater und Analyst der US-Politik, Julius Vandelaar. Schön, dass Sie bei uns sind. Jetzt ist ja Donald Trump der erste US-Präsident seit fast 20 Jahren, der sich da mal blicken lässt in Davos. Wie wichtig ist das für ihn, dorthin zu reisen? Der letzte war Bill Clinton. Obama ist nie nach Davos gereist. Ich finde es ganz interessant, wenn man sich über die Jahre jetzt schon Donald Trumps Rhetorik anschaut. Er hat ja im Wahlkampf ganz klar gesagt, America first. Amerika kommt zuerst und die andere Aussage war, drain the swamp. Ich will den Sumpf trockenlegen. Im Endeffekt fährt er jetzt auf 1500 Meter hoch in den ultimativen Sumpf, wo sich natürlich die Wirtschaftseliten treffen, die DAX-Bosse, aber auch internationale CEOs vorkommen. Und genau dort fährt er hin mit einer komplett konträren Botschaft als das, was er noch im Wahlkampf gesagt hat. Ich glaube aber, worum es ihm natürlich geht, ist zu sagen, und das wird, glaube ich, die Hauptaussage dieser Rede sein, dass er sagt, Amerika ist offen für Investitionen. Kommt nach Amerika. Es war noch nie eine bessere Zeit, um in Amerika Business zu machen. Und auch das haben wir, glaube ich, gestern Abend gesehen, wo er gesagt hat, ich will deutsche Wirtschafts-CEOs umgaren und natürlich Investment in Amerika holen, um Jobs zu schaffen. Aber das Signal, dass er am Montag mit seinen Strafzöllen auf Waschmaschinen aus China, Solarzellen aus Südkorea, das ist ja ein anderes Signal. Der Handelsminister Wilbert Ross hat ja gesagt, es gibt schon einen Handelskrieg und wir sind bereit, Truppen in den Handelskrieg zu schicken. Also extreme Rhetorik. Die Russ als Opfer in diesem Sinne? Ich meine, das ist ja im Endeffekt die Botschaft von Donald Trump immer schon gewesen. USA wurde über den Tisch gezogen, von China, von anderen Ländern, von Europa eben auch. Deshalb brauchen wir stärkere Schutzzölle eben auf unsere Produkte. Das war die Botschaft von Donald Trump. Er muss ja natürlich auch überlegen, wer ist meine Zielgruppe hier? Natürlich, auf der einen Seite die CEOs und die ganzen Wirtschaftsbosse, deren Investment er haben will. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch noch seine eigenen Wählerinnen und Wähler, die er nicht vor den Kopf stoßen darf. Insofern, er muss im Endeffekt diese Opferrolle auch weiter spielen und sagen, ich bin der beste Verhandler, den ihr je gesehen habt. Ich werde nach Davos fahren und ich werde für unsere Interessen kämpfen. Und es sieht tatsächlich ja auch so aus, als hätte er damit Erfolg. Also wir haben die Bilder gesehen, hier wirklich die DAX-Bosse haben sich um ihn geschart, es wurden auch Selfies gemacht und so weiter. Das heißt, Trump kann hier tatsächlich auch Erfolge feiern und die ja letztendlich auch den Wählern verkaufen. Ich meine, er kommt ja im Endeffekt auch von der Erfolgsstraße zurück oder fliegt mit Rückenwind nach Davos. Er hat erst seine Steuerreform durchgesetzt in den USA, was wirklich auch wichtig ist für genau die Zielgruppe der Wirtschaftsbosse. Das andere ist aber auch, er hat letzte Woche gegenüber den Demokraten ordentlich punkten können. Hat im Endeffekt alles bekommen, was er im Haushaltsstreit haben wollte. Die Demokraten haben nichts bekommen. Und auch wenn man wirtschaftlich schaut, der Dow Jones, die Börse ist extrem gut aufgestellt. Insofern, das sind natürlich Argumente, die Donald Trump auch machen wird und sagen wird, ich bin im Endeffekt das Beste, was der amerikanischen Wirtschaft je passiert ist. Ich reise nach Davos, ich kümmere mich darum, dass mehr Investitionen zurück nach den USA kommen. Das wird die Botschaft sein, wie gesagt, die auch gerne von seinen Wählerinnen und Wählern gehört wird. Wird er denn da jetzt auch praktisch Sympathiepunkte sammeln, während in den USA ja mal wieder, eigentlich wie immer, wenn er die USA verlässt, es ja auch irgendwo kocht. Jetzt kam raus, dass er eventuell Mueller hatte doch absetzen lassen wollen. Dann gibt es den Konflikt um die Dreamer versus mehr Geld für einen Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Lenkt er jetzt davon ab, von diesen Konflikten? Ich glaube, dass er innenpolitisch erst mal einen großen Erfolg verbuchen konnte gegenüber den Demokraten. Ich glaube, das andere ist natürlich genau diese Bilder, die Donald Trump jetzt auch wieder aus Davos zurück nach Amerika schicken kann, sind die Bilder, die Donald Trump genießt. Er im Zentrum der Macht. Er sagt, diejenigen, die ihn eigentlich immer belächelt haben als ein Möchtegerne, der dazugehören möchte. Jetzt sitzt er im Endeffekt im Zentrum. Alle, egal ob es Joe Kaeser ist oder andere, sitzen um ihn rum und natürlich göttern ihn auch irgendwo an. Das sind die Bilder, die er senden möchte und genau das ist das, worauf er abgezählt hat. Vielleicht können wir ganz kurz noch mal auf diese Dreamer eingehen, die Lena gerade angesprochen hat. Also letztendlich wäre das ja ein Deal, den er gerne machen möchte, dass er dann doch sein großes Ziel eben diesen Mauerbau voranbringt. Richtig. Es ist im Endeffekt die Diskrepanz zwischen Demokraten und Republikanern. Die Dreamer, also die 800.000 jungen Amerikaner, die von Einwanderfamilien mitgekommen sind, die seit teilweise 20 Jahren in den USA leben und noch nie irgendwo anders gelebt haben, die wollen die Republikaner verbannen und im Endeffekt wieder zurück, insbesondere nach Mexiko schicken. Ein zentrales Argument der Demokraten, die natürlich sagen, das ist unsere Kernwählerschaft und die wollen wir auch auf Jahrzehnte eben für uns gewinnen. Donald Trump sagt, amerikanische Sicherheit zuerst. Wir wollen vor allem eben auch die Mauer bauen, die er während des Wahlkampfes angekündigt hat. Und im Endeffekt macht er genau dieses Argument. Es ist nationale Sicherheit gegen das Argument der Demokraten. Wir müssen doch inklusiv sein. Und ich glaube, das gewinnt Donald Trump zurzeit zumindest. Donald Trump sorgt auf jeden Fall für Schlagzeilen. Herzlichen Dank, Julius Vandala. Sie begleiten uns auch noch durch den Nachmittag, auch bei der Rede von Donald Trump. Mal schauen, was kommt. Ja, genau. Bin gespannt. Ciao.